Eins, Fölft! Soll ich noch gucken? Läuft die Aufnahme auch wirklich? Ja, weil die Tage habe ich eine Testaufnahme gemacht von irgendwas, da blieb dann das Aufnahmeprogramm bei einer Sekunde stehen. Nein, meinst du schon bei 10 Sekunden? Ich glaube das ist ganz gut. Ja, spiel laden. Spiel laden? Oh, warte mal, noch nicht zu weit laden? Joschi, du wolltest mich daran erinnern, dass ich hier meine Einstellungen ändern muss. Du musst deine Einstellungen ändern? Ja, ich habe dir gesagt, ich muss meine Einstellungen ändern, weil ich die Musiklautstärke soweit runtergedrehe. Ach ja, Kai, du musst deine Einstellungen ändern. Du hast die Musiklautstärke soweit runtergedreht. Ja, genau. Möchtest du erklären, warum ich das gemacht habe? Was? Du hast das gemacht? Ich glaube, das könntest du gemacht haben, weil Dinge passiert sind. Richtig, weil Dinge passiert sind, so. Ja, und damit erstmal ein herzliches... Ach nee, du begrüßt in diese Spiele immer, oder? Richtig, das ist meine Aufgabe. Hallo und herzlich willkommen. Wie komme ich aus den Optionen raus? Ich glaube mit Escape. Okay, gut. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahmesitzung von Let's Play Tomb Raider The Last Revelation. Ich bin jetzt gerade zur Info im Spielstand auf dem Bildschirmspielladen. Joschi, kannst du den bitte auch einmal öffnen? Oh ja, den habe ich offen. Guck mal. Die sehen sehr gleich aus. Richtig, die sehen sehr gleich aus. Und zwar haben wir gleich als nächstes quasi zu laden den Stand 1320 der Tempel im Tal. Boah, seit wann sind da so viele Speicherstände? Äh... Viel weniger. Richtig, wir hatten bei der ersten Aufnahme bei 826 Tempel des Horst aufgehört. Und dann ist beim Bearbeiten auf ein Fehler aufgetaucht. Und zwar ein ziemlich erheblicher. Möchtest du den erklären, Joschi? Oh ja, ich bin ja hier für Fehler verantwortlich. Also... Nee, fürs Technische. Richtig, richtig. Also das Ganze ereignete sich so, dass wir ein ziemlich kleines, großes Mikroproblem hatten. Du sagst jetzt, das war kein Mikroproblem, aber das war der Auslöser. Ich will jetzt hier nicht zu technisch werden, aber meine ganze Bildspur war plötzlich weg. Aber doch noch irgendwo da. Sie sagte, sie sei zwei Stunden lang und sämtliche Programme sagten mir, sie ist vier Minuten lang. Mhm. Daraufhin habe ich die dann aus der Aufnahmedatei extrahiert und hatte die kompletten zwei Stunden irgendwas. Ohne Ton. Also habe ich mir gedacht, boah, ist gar nicht so schlimm. Ich kann diese zwei Stunden irgendwas nehmen und einfach komplett Kai's Tonspur drüber legen. Weil Kai nimmt ja ihre Stimme und meine Stimme auf. Ja, ganz toll. Äh? Das Problem war dann nur, dass Kai's Audiospur Quatsch gemacht hat. So, dass sie nicht parallel, also gleich schnell zum Bild lief. Aber auch nicht gleichmäßig zu schnell oder zu langsam, sondern mal zu schnell, mal zu langsam. Ich habe, glaube ich, zwei Wochen oder so an dieser Datei rumgearbeitet und bin eine Viertelstunde weit gekommen. Ja, auf jeden Fall haben wir beschlossen, das ist so ein Punkt, an dem man entweder sagt, das Projekt ist gestorben oder wir nehmen es neu auf. Da wir zu viel Arbeit in dieses Projekt gesteckt haben, um zu sagen, das ist gestorben, mussten wir uns für wir nehmen es neu auf entscheiden. Hatte jetzt allerdings den Nachteil, dass wir von diesem Stand keinen Speicherstand mehr hatten. Oh, das war so eine großartige Sache. Richtig, also haben wir beschlossen, ja, dann muss wohl einer von uns in den sauren Apfel beißen und das Ganze nochmal bis dahin durchspielen. Das war dann ich. Ich war dumm genug zu sagen, ich mach das. Halbwegs freiwillig. Wir sind alle sehr dankbar, dass das passiert ist. So können wir jetzt hier wieder spielen. Das ist toll. Richtig, es hat auch nur 7, 8, 9, 10 Monate oder so gedauert, bis ich das geschafft habe. Keine Ahnung. Ich muss nachgucken. Wann hast du die letzte Folge Tomb Raider online gestellt? Weiß ich doch nicht. Ich bin ja gerade in der Umnahme. Ja, auf jeden Fall. Lad mal bitte den Spielstand Tempel im Tal. Tempel im Tal, 1320. Genau. So, jetzt bin ich sehr gespannt, ob bei mir irgendwelche Bugs auftreten, weil es ist, wie gesagt, Kai's Spielstand und ich habe inzwischen einen neuen Computer, auf dem nicht mehr Windows 7, sondern Windows 10 ist. Das könnte also lustig werden. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus will, bevor wir anfangen, wirf mal einen schönen Blick in unsere Ausrüstung. Sobald ich rausfinde, wie das geht, so. Boah, ich kriegste 1071 Uzi Ammo. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ja, ne? Und dann gefallen mir die 42 Revolver Ammo auch ganz gut. 42, das ist die Antwort auf alles. Wir müssen alles mit dem Revolver töten. Ja, 166 Rote Gewehr Ammo. Knapp 200 Blaue. Knapp 200 Blaue, genau. Ah, ich bin irgendwie aus dem Menü rausgegangen. Mit SK wahrscheinlich. Jede Menge Granatwehrver Munition. Ja, also Leuchtspur 16, schwere Ammo 16 und 36 Leichte. Was sagt denn unsere... 38, was ich erst passiert wollte, sind 80... Ach, ich glaube, ich werde hier heute glücklich. Ja, besonders glücklich wirst du bei den 323 Fackeln. Eben, weil ich ja so gerne Licht mache in diesem Spiel, wie alle wissen. Richtig, 60 kleine Medipacks und 43 große. Na, die interessieren mich gar nicht. Ich benutze ja nie Medipacks. Richtig, du hast ja nie welche. Eben. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt damit anfangen sollte. Genau. So. Dann mache ich mir direkt den nächsten Speicherstand. Also 1321. Für den Fall, dass dieser Aufwand auch nicht wird. Ich behalte einfach 1320, ist doch in Ordnung. Ja, den will ich behalten, richtig. Deshalb habe ich mir einen anderen Speicherstand schon angelegt. Ach so. Ja gut. Wollen wir mal gucken, was da unten passiert? Was wir ja gar nicht wissen. Wollen wir mal gucken, ob der gleiche Bug auftritt wie beim ersten Mal? Ja, richtig. Das war so ein Blödsinn. So, ich probiere es einfach mal, wie du es gemacht hast. Ich habe das ja gesehen bei dir. Uh, gut. Den Bug, den ich bei den Tests schon hatte, der ist nicht aufgetreten. Meine Videodequenz läuft tatsächlich. Das ist gut. Ich werde dir gleich sagen, ob Grampinchen und Grampinella laufen. Okay. Also für die, die es nicht wissen, dass da vorne sind Grampinchen und Grampinella. So, und ich gehe jetzt an der Wand lang. Langsam und bedächtig. Ich sehe euch atmen, die beiden blöden Mistviecher. Nicht aufstehen. Nicht aufstehen. Ich werde jetzt gleich schreien. Es gibt nichts zu fürchten. Ich würde sogar sagen, es gibt nichts zu tun, aber das gibt es schon. Ich könnte zum Beispiel Lara töten, aber... So, also noch sitzen Grampinchen und Grampinella da? Ich gehe gerade gemütlich hinter den beiden her, also... Ja, ich auch. Okay, anscheinend bin ich einfach beim ersten Mal zu weit in den Raum reingerannt. Ich kann auch ahnen, dass die Viecher zu blöd sind, auf einen zuzugehen, wenn man sie einfach langsam umrundet. Richtig. Erinnerst du dich noch daran, in welcher Reihenfolge wir mit blöden Dinger drücken mussten? Nee. Also... Kann ich das nicht so panisch probieren? Ich hole mir jetzt erstmal hier den Zettel und die Fackeln. Haha. Zettel? Ah, Zettel! Ja. So, nur noch mal damit alle das wissen, weil wir den Zettel jetzt natürlich in dem Display nicht zahlen konnten. Bislang. Hier. Das ist der Zettel, der uns was sagen soll. Schaut euch an. Ich werde nicht schlau draus. Ich habe ihn noch nicht wieder gefunden. Sekunde. Ich muss ihn mal anziehen. Papierfetzen. Guck mal. Wir könnten jetzt unseren Namen schreiben oder so. Also bei Kai ist das, keine Ahnung, Ufo, Vogel, zwei Messer. Also ich hätte gesagt, das ist die, äh, die gehaltene Schale der Vogel und zwei Messer, aber es ist natürlich... Mein Name würde wieder... Nein, warte, das I, das sind die, das sind die links gefederten Federn und dann ist das K das Messer. Also bei mir ist es irgendwie, keine Ahnung, so eine Anlasskurbel von einem alten Auto. Wo ist das O? Wo ist das O? Äh, ich weiß nicht, was das ist. Das könnte auch ein Vogel sein. Es könnte so, keine Ahnung, wie heißt denn diese Wattläufer, so ein Wattläufer sein. Okay, also... So ein Wellenstrandläufer. Also Anlasskabel, Wellenstrandläufer, ähm, keine Ahnung, zwei waagerechte Striche. Das ist die Waage? Könnte auch eine Waagere sein, aber es sind auch waagerechte Striche. Ähm, ein halb geöffnetes Auge. Ja, dann hast du, äh... Ein Winkelrohr. Genau. Die beiden Federn, genau wie bei dir. Und zu guter Letzt... Dreck auf dem Bildschirm oder so. Ja. Ne? So, daraus sollen wir jetzt irgendwie schlau werden. Und... Lara, ich habe eindeutig die Gehen-Taste gedrückt. Sprinte bitte nicht auf Grampinchen und Grampinella zu. Die könnten das falsch verstehen. So. Also. Ich meine mich zu erinnern, dass wir quasi auf, äh, auf der linken Seite irgendwie hinter einem Tor den Hinweis finden konnten, was wir richtig drücken müssen. Aber die sind ja alle zu... Richtig. Also müssen wir erstmal wie wild auf den Federn sonst rumdrücken, oder den Federn rumdrücken. Und wenn wir... Ich drücke jetzt von links nach rechts. Ja, sobald ich hinter Grampinchen und Grampinella bin, drücke ich das auch. Ich drücke die Doppelfeder und dann drücke ich den rechten Winkel. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Ich werde dir gleich auch sagen, was wir da eingeben. Ich habe das gedruckt. Wahrscheinlich I irgendwas A. Wir haben gerade eingegeben... Die... I qua. I qua. I qua. I qua. I qua. Okay. Okay. Also wenn wir Kai anders schreiben, dann könnten wir das machen. Kai. Oh, ich habe schon gedacht, die beiden Viecher stehen auf. Dabei hat das eine nur seinen Schweif bewegt. Weißt du, ich habe mir die Viecher gar nicht erst angeguckt. So, und wir haben quasi dem Tür zum Gang des Todes beöffnet. Ich finde, wir zeigen einfach mal den Gang des Todes, weil die haben wir ja letztes Mal auch mehrfach gezeigt. Dann können wir diesmal auch einmal zeigen. Richtig. Und das bleibt uns auch nichts anderes übrig. Habe ich ja klagen können. Ja. Aber ich töte jetzt lieber diese Fledermäuse. Richtig. Ups. Ich höre, Kai hat die Fledermäuse wahrscheinlich nicht sonderlich erfolgreich getötet. Äh, doch. Die habe ich getötet. Erfolgreich. Lara auch? Ja, Lara habe ich auch erfolgreich getötet. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Genau. Alles so, wie es immer war. Also ihr merkt vielleicht, ich bin nicht so ganz in der Steuerung drin. Ich bin vielleicht halbwegs in der Steuerung drin, aber dafür garantiert nicht mehr im Spiel. Ich habe das Ganze nämlich wunderbar mit Komplettlösung gespielt. Dementsprechend habe ich keine Ahnung von nix. Ja, ich bin in nix von beidem drin. Nein. Ich habe hier eindeutig den Vorteil. Ja, auf jeden Fall. So, ich bin über das Loch jetzt drüber. Ich habe hier noch. Ich habe hier noch mal die rechte Wand. Genau. Ich sehe doch schon die Pfeilen. Quasi, wie kann ich nämlich nochmal umgucken? Äh, umgucken ist Null und dann halt gucken. Also in die Richtung. Übrigens, ich spiele das jetzt auch auf Tastatur. Ich habe während der Aufnahmen von anderen Tumschuldeteilen gemerkt, das ist deutlich angenehmer. Wenn man erstmal drin ist. Richtig, wenn man erstmal drin ist. So, und dann gehe ich weiter rechts. Ja, ich musste erstmal schießen, Fallengang sprinten. Oh, warte, das ist der blöde Gang. Man sieht es an dem kleinen Streifen an der Seite. Da bin ich schon geduckt durch. Klutsch! Seht ihr, die hätten mich sonst voll halbiert. Gut, dass du es gesagt hast. Seht ihr, sowas kann ich mir merken. Oh nein, ich hasse diese Teile. Oh, hallo! Also, Taucherrolle geht, wir nehmen du vorwärts-rückwärts, glaube ich gleich, dass ich das warte. Lass es mich ausprobieren. Müsste. Ja. Haha, ich bin mal durch so einen Teil durchgekommen, ohne Schaden zu nehmen. Yay! Da habe ich Schaden genommen. Weiter rechts, weiter rechts bleiben. Also, das soll jetzt nicht immer politischer Einschränkungen dazu sagen. Nee, einfach bei der rechts bleiben. Ups. Mein Gott, ich bin heute... Ich habe die Serie. Und jetzt ziehen wir einen wunderbaren Hebel hier. Dann geht die Tür in den Raum, wo wir gerade schon mal waren, wieder auf. Diesen Geigen haben wir übrigens beim letzten Mal, so ungefähr, gefühlt, 20 Mal gemacht. Boah, ich komme mit diesen blöden Schnapp-Schnapp-Dinger nicht mehr klar. Ähm, ich bin gerade zu nah an rangegangen auf den Wegweg und auf Schaden. Und jetzt beginnt wieder mein Lieblings-Hobby. Ich benutze mal das erste große Medi-Pack. So, und wir sind durch, durch den nächsten Schnapp-Schnapp-Schnapp-Schnapp-Schnapp-Schnapp-Schnapp. Ich glaube, ich möchte allen möglichen vier von diesen wunderschönen Fallen ganz frei machen. Autsch. Ich bin gerade ein wirklich schlechter Fall, ja. Und wie ihr alle sehen könnt, ich bin jetzt wieder im Raum, wo ich gerade die... Die haben wir es erschossen. Du hast bestimmt recht, ich habe nur kein Wort verstanden. Danke, Sky. Ich bin jetzt nicht blöd. Also irgendwas ist öde oder so. Ja, tatsächlich. Okay, ich verstehe kein Wort, was Sky ist. Sovater weißt, verstehe ich dich sehr gut. Ich hoffe, das legt sich gleich wieder. Ja, jetzt sterbe ich, so wie jetzt. Wie, genau. Andauernd. Oh, oh, sie ist wieder da. Sie ist wieder da? So halbwegs, ich habe zumindest andauern verstanden. Na, also ich glaube andauern. Mhm, mhm, andauernd. Ich weiß nicht was, aber andauern. Andauernd. Was ist mit Bärbel? Genau, du wirst gar nicht wissen, Stopp, gerade so kräftig. Hallo? Oh, wie gut, ich will dich ganz. Ey, ich höre immer nur so hoch. Oh, ich hab Lara. Ich hab Lara verstanden. Ich hab Lara verstanden. Das ist, das Spiel ist nicht böse. Ich merk schon, diese Aufnahme ist wieder unter einem guten Zeichen. Diese Stelle ist verflucht. Auf jeden Fall. Okay, ich bin wieder im zentralen Raum. Ich hab die Kärle das erste Mal, eine Falle, ohne Schaden zu nehmen, geschafft. Okay, das hab ich jetzt sogar halbwegs verstanden. Ich ziehe jetzt das zweite Mal, dieses blöden Hebel. Und diesmal versuche ich, wie zu sterben. Alles klar. Okay, okay. Ich probiere mal währenddessen Reihenfolgen aus. Letztendlich, dass wir mit mehr Systemen machen sollen, aber... System? System ist überbewertet. Richtig. Gib Bescheid, wenn irgendwas bei dir auf der linken Seite quasi öffnet. Hm, fertig, tun. Man merkt vielleicht, ich kann kein bisschen wieder etwas besser verstehen. Ich habe... Ich habe trotzdem das Gesüge, dein Ton kommt bei mir gut an. Hm. Das ist eine einseitig merkwürdige Verbindung. Das war mal was Neues. Das war keine gute Kombination. Welche Kombination hast du genommen? Bitte rechts, links. Bitte rechts, links. Also hast du jetzt Kai geschrieben. Kai, ja. Jetzt versuche ich mal links, ganz rechts, Mitte. So, Lara, jetzt bitte nicht wieder den, äh, Abgrund hinunterfallen. Ich meine, das ist das Gute an drei Teilen. Da gibt es nicht sehr viele Kombinationen. Hm, Lara, das war blöd. Okay, das war auch nicht die Kombination, die wir besucht haben. Dann probiere ich jetzt mal Mitte, links, rechts. Laden. Drück den Knopf, Lara. Drück ihn! Hab ihn ganz doll lieb. Nein. Dann probieren wir mal die offensichtlichste Lösung von rechts nach links. Toombraider, wo's, Teil 4, wo's selbst das Rätseldesign keinen Sinn macht. Drei. mal gucken, welche Tür ist denn jetzt aufgegangen? Die ist aufgegangen. Nein. Also impassiv ist das jetzt die letzte Kombination, die noch möglich ist bei mir. Das klang schon mal ein bisschen anders als sonst. Okay. Ja, es ist rechts, links, Mitte. Okay, dann drück ich das auch gleich. Rechts, links, Mitte. Ich wusste es doch. Ich kann mich noch lebhaft erinnern, dass hier überall Fledermäuse sind. Da erinnerst du dich an mehr als ich. Ich erinnere mich da auch nur noch dran, weil ich glaube, ich glaube, ich habe mich da sehr drüber aufgeregt. Okay, Lara. Wir haben gerade die Leute hier gibt es Fledermäuse. Lara, Fledermäuse schieben. So, das ist gut. Fledermäuse erschossen, dann können wir ja ein bisschen weiter runter gehen. so, und jetzt kannst du gleich deinen bereitgehaltenen Notizzettel nutzen. Ich brauche noch nichts mit. Du brauchst noch irgendwas. Ich weiß noch nicht was, aber das brauchst du. Wo ist denn mein Fernglas? Benutzen. Also, ich kann anbieten Dreieckvogelfedern. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Dreieck Vogelfedern. Wie komme ich hier wieder raus? Woraus? Aus dem blöden Fernglas. Waffen ziehen oder so. Ach so, ja, klar. Total Einsicht. Einsicht, dass das eine Kombination sein muss. Ich gucke gerade eher, wo ist die blöde Lichtfunktion? Die ist auf Schießen. Ah, okay. Federn, Dreieck, Vogel. Federn, Dreieck, Vogel. Als nächstes. Warte, also, warte, Dreieckvogelfedern war lila, oder? Ja. Lila, das andere war, also, Federn, Dreieckvogel war? Blau. Blau. Rot ist Vogeldreieckfedern. Vogeldreieckfedern. Und last but not least. Grün. Mit Dreieckfedern, Vogel. Dreieckfedern, Vogel. Okay. Also wieder zurück, Marsch, Marsch. Genau. Und Yoshi, daran denken, die Knöpfe nicht in der falschen Reihenfolge loszulassen. Wenn man auf einen Abgrund zugeht und dann zuerst die Gehentaste los ist und das da vorne weiter gedrückt hält, ist das ungesund. ein wenig. Aber dafür haben wir ja Gott sei Dank so viele Speichermöglichkeiten. Oh ja. So, dann. Los, speichern. Da ist speichern. So. Speichern. Okay. Okay. Du hast den Notizzettel. Ja. Also, mal eben gucken. Wir hatten Also, wir haben für Lila Dreieck, Vogel, Federn. Probieren wir das doch mal aus. Dreieck. Tap, 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 tap. Vogel. Vogel. Und Federn. Federn. Los, Lara, drück den Knopf. Und ich sende mich langsam durch diesen Raum bewegen und gucke mir, wo eine Tür aufgegangen ist. Genau. Also, ich gehe nach rechts. Ich auch. Ich schiebe mal so ein bisschen in die Ecken. Ja, rechts ist was passiert. Gegenüber vom Todesgang. Genau. Da sprint ich jetzt rein. Haha. Und wenn ich mir hier fehlt, Mäuse. Wutsch. Lara. Das war nicht so, dass... Vielleicht sollte ich nicht mehr den Stift in der Hand halten, wenn ich irgendwas springen und sonst was machen will. Quatsch. Gut, Lara. Lara, das war knapp da vorbei. Weißt du, was ich so ein bisschen merke? Ich glaube, der neue Bildschirm hat ein bisschen bessere Kontrasteinstellungen als der Alte. Ich sehe ja die Dinge, wo ich hinspringen soll. Das ist ja super. Ich habe die Flederung gehört. Es sind zwei, Dirk. Ja, ja. Okay, wir stehen in das Wasser. Das speicher ich. Und ich glaube, bis hierhin ungefähr habe ich das bearbeitet gekriegt. Oh, das ist gut. Hm.